Wir sind gerade zu einem Verkehrsunfall gerufen worden. Eine 22-jährige Frau aus Melle war auf dem Weg nach Hause. Plötzlich trat Starkregen und Aquaplaning auf. Dadurch verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet in Schleudern und stieß gegen die Leitplanke. Eine weitere Frau aus Melle im Alter von 23 Jahren erkannte die Situation zu spät und fuhr dann noch in das verunfallte Fahrzeug hinein. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt und in nahestehende Krankenhäuser verbracht.